...schule, dass ihr das auch mal seht. Oh, was ist denn da hinten? Was steht da denn? Da müssen wir jetzt aber mal gleich schauen, was kann man denn hier jetzt stehen? Das kann doch nicht da sein. Sag mal, lassen Sie mich das aber gleich mal direkt anschauen. Entschuldigung, nein. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ein Wahnsinn, Renault Alpine hier auf dem Parkplatz. Das Auto gibt es ja schon lange nicht mehr. Eine echte Realität. Wow, wie fantastisch ist das denn? Was sehe ich denn hier? Na ja, euer Hans Christian. Das Auto gibt es ja schon lange nicht mehr.